Blaue Stromschnellen. Das hört sich nicht gut an. Das hört sich nach ertrinken an, irgendwie. Ja, irgendwie. Ertrinken und abstürzen, irgendeinem Wasserfall runter oder so. Oh je. Jetzt muss ich wieder an Minecraft denken. Ich habe mein eigenes Floß, aber wir sind verbunden. Ja, das erinnert mich jetzt aber an Rift. Stimmt. Diese Fahrt wird nass. Seid ihr schon nicht so schnell? Ich sage euch, wie man mit dem Boot fährt. Geht auf dem Boot, damit es sich in die Richtung bewegt. Versucht jetzt hier alle Münzen zu sammeln. Aber wir sind wieder verbunden, oder? Ach so, wir müssen richtig gehen. Okay. Ja, ich gehe mal mit dir. Du gehst mit mir? Ja, ich gehe... Gebe all hin, wo ich hin will. Ja. Bis ans Ende der Welt. Oh. Waren das alle? Ne. Ich wollte gerade sagen, sonst wäre doch die Aufgabe jetzt hier zu Ende. Ach so, ich kann das auch beschleunigen, wenn ich auch gehe. Gut gemacht. Jetzt seid ihr bereit. Lasst mich die Schleuse für euch öffnen. Übrigens, in letzter Zeit gab es starke Strömungen und einige von uns sind mit kaputten Booten am. Viel Glück. Am. Viel Glück. Ich bin nur bis zur zweiten von vier Zeilen gekommen. Ja. Ey, das kannst du so ja noch nicht mal lesen. Ich bleib linke Seite. Ich bleib linke Seite. Ich links, du rechts. Nimm nichts. Ja, aber nimmt unser Dings das auch mit? Das weiß ich nicht. Ne. Oh, da sieht was nicht gut aus gerade. Ja, vor allen Dingen die Perspektive ist gerade echt scheiße. Ach so. Hey, ich bin hier. Mein Boot ist kaputt. Könntest du mich zum Doktor drüben tragen? Gleich da vorne. Ich kann euch mit der Schleuse helfen, wenn ich dort bin. Dann musst du mit den rumfahren erst mal, ne? Ja, ja. Wir schleppen den ab. Ja. Warte, warte, warte. Ich hänge. Ja, ich hänge. Wir sind zu breit hier. Ja, das Problem ist, du musst mitkommen. Ja, ich komm doch schon. Du musst da rüber. Ist der links rum? Nein, er muss da rüber in die Bucht hier. Also ja. Mann, was ist das denn jetzt hier, ey? So wie du dich anhörst, schätze ich mal, wieder eine Mücke. Boah, eine Fliege. Ne, so ein Schuss. Ist der jetzt da drin, oder was? Ja. Keine Ahnung, er hat nur Danke gesagt. Den lassen wir aber hier, würde ich sagen. Den nehmen wir nicht mit. Gehen wir weiter. Der ist ja am Qualmen. Nachher macht er da irgendwas. Nein, nicht, nicht, nicht. Ich komm nicht dran. Was machst du denn? Ja, wenn du mich wegziehst, komm ich nicht dran. Ich zieh dich nicht weg. Das war... Ach, jetzt geh doch nicht mal zu mir. Geh doch mal dahin. Ja, es geht nicht mehr zurück, irgendwie. Sicher geht es zurück. Du musst nur mitmachen. Ja, die Dinger sind weg, oder? Hä? Die Schuhe steuern. Das waren sie. Komm. Oha. Wir müssen aber wahrscheinlich andersrum, als ich gerne. Reicht, es ist ein Stern. Nein. Äh, ach so, die Stimmung. Ach so, wir dürfen da nicht. Äh, okay. Ja gut, aber wir haben den Stern. Das ist... Ja, das ist wichtig. Wahrscheinlich... Ich komm nicht da rüber, wieso geht es das? Oh, ich bin die ganze Zeit mit dir am... Oh, ich wollte gerade sagen, wie geht nicht das da drüben, ey? Das bist du. Eigentlich müsstest du es hier an den Haaren erkennen. Oh nein, 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 nein. Oh, okay. Nein, nein, ich hab dich. Ich hab dich. Ja, aber ich komm nicht mehr da rüber, oder? Doch. Die Frage ist... Du musst an das Ding ran, damit du nicht runter... Nein. Ja, aber du musst mitkommen, sonst komm... Ja, aber ich kann nicht, wenn du nicht nach oben gehst. Ja, ich bin ja hier oben. Du musst nach rechts. Ja, mach ich doch. So, und jetzt musst du mich auffangen. Ja, aber ich komm nicht mehr... Ach, komm, ey. Nee. Oder? Nee, ich bin weg. Hä, wo bist du denn? Du bist so bin ich kaputt gegangen, nur weil du da unten gehangen hast. Ich weiß nicht, warum der sich so bescheuert ändert auf einmal. Der ändert auf einmal von selber diese... Nein, jetzt geht der schon wieder da runter. Wieso geht der selber in die Richtung? Oh. Geh nach oben? Ja, versuche ich ja gerade, aber er ändert immer die Richtung von mir. Ach komm, ey, du mich verarschen hier, ey. Nein! Nein, es ist schon wieder! Nein, 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 nein! Ja, komm, lass das... Nee, jetzt... Pass auf, der nimmt mich jetzt nämlich gerade mit. Nein, der Rob macht denn das immer? Der macht immer die Pfeilrichtung, ändert der. Wenn ich da oben bin, in der Ecke. Guck, guck mal bitte dazu. So, ich mach vorne. Ja, mach, bitte. Nein, du darfst nicht mitkommen. Komm ja nicht mit. Sehe ich, wie du nicht mitkommst. Und jetzt schnell? Ja, schnell. Ja, so komme ich da nicht hin. Ja, genau, das meine ich damit. Boah. Nee. Ich komme nicht da hoch. Wie soll das funktionieren? Ich denke, der macht es nicht. Boah, ey. Nee. Jetzt ist... Jetzt. Hallo, jetzt ist er wieder weg. Ja, das Problem ist, du musst rechtzeitig mit mir mitkommen. Ja, ich schaue, aber jetzt... Jetzt geht, jetzt, jetzt. Ey, ist das assi gemacht, ey. Ganz ehrlich. Sorry. Boah, ich komme nicht da rüber. Vor allem diese anderen... Das ist mit den Pfeilen, das ist mir vorher überhaupt noch nicht aufgefallen. Bist du gerade meintest, von wegen, der ändert seine Pfeilrichtung. Achtung, den Typen müssen wir mitnehmen. Wahrscheinlich. Hallo. Hallo. Ich kriege den so nicht. Nichts, Vorsicht. Wer stupst denn mal was an hier? Der kommt schon mit. Ja, aber... Ich komme nicht hinter den. Weil der hat auch neben den kommen. Boah, ist das schön. Achso, da bleibe ich hängen. Wollen wir die Dinger noch holen? Nee, scheiß drauf. Wenn das jetzt ein Stern wäre, okay, aber... Scheiße. Das habe ich nicht gesehen. Oh. Okay, wir sind alle tot. Wie soll man denn da jetzt vorbei? Wollt ihr mich verarschen? Dann haut der einfach noch auf uns drauf hier. Ja, da vorne ist ein Wasserfall. Das fällt lieber früh auf. Warte mal. Ich versuche mal zuerst, dass der da nicht so runterrutscht. Strasse? Ja. Die Frage ist nur, kriegen wir das jetzt hin? Ach, Junge, du musst da auch schon drumherum. Aber ich kriege den jetzt, wenn ich jetzt runtergehe, dann ist er weg. Warte, warte, warte. Der muss jetzt erst kommen? Ja, das Problem ist nur, ihr müsst beide mal hinbekommen, sonst bin ich gleich tot. Ja, ich kriege ihn aber nicht mit. Verstehst du, wenn du mich wegziehst? Ja, tu ich ja nicht, deswegen sollst du ja mitkommen. Aber der Typ ist jetzt eingeklemmt hierhin, der kommt nicht runter. Oh Mann, ey. Geh doch mal da hoch, ey. Dieser Blödmann geht nicht da hoch. Hauptsache, er hat einen Cowboyhut auf, ey. Lass ihn doch einfach mal mit der Strömung mit, da kommt der ja schon runter. Komm rein, rein, rein. Nein, nicht du, nicht du. Geh nach oben. Nein, zu spät. Scheiße. Ey. Wollen wir uns jetzt verarschen, oder was? Warte, der Typ. Sag mal, wie lange braucht ihr, bis der endlich mal kommt? Ich dachte, er ist da unten. Nein, nein, nein. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Scheiß drauf, komm mit. Da oben. Puh. Manchmal geht's schnell und einfach, ne? Aber wie lange braucht der, bis der da respawned ist? Ich dachte, der wäre noch einen Ticken weiter unten. Aua. Ach so. Okay. Ist da unten denn noch, warte mal, ist da unten noch was? Äh, ja. Wirst du? Aber das war's, ne? Ja. Mann, geh da rauf. Warum machst du jetzt hier, oh, eigentlich wieder Moonwalk. Warum nicht? Warum komm ich da jetzt nach, da muss ich gehen, oder was? Hallo. Na? Na? Hui. Hui. Er speichert. Hui, pu. Das heißt, jetzt kommt wieder irgendwas Böses. Nein! Sag doch, da kommt irgendwas Böses. Du? Du? Nein, du hättest mich doch mal auch mitgenämen können. Ja, danke. Ja, super. Ja, das funktioniert. Du warst doch auf der anderen Seite. Ja, aber ich war nicht drüben, weil du hättest einmal kurz warten müssen. Wieso sollte ich warten, wenn du schon tot bist? Nein, ich war, ich war, ich hätte noch nicht... Ja, ich warte nicht, wenn du tot bist. Kannst du das antippsen einmal? Nein, du hättest dich drauf gemusst. Doch, ich hätte... Achso, ja, das hätte ja nicht funktioniert. Dann musst du jetzt irgendwie seitlich gehen. Wir haben jetzt Zeit. Das ist ja nicht das Problem. Ich muss noch einen haben. Nein! Nein! Ach, jetzt hab ich ein paar Hunde... Ist das dein Ernst? Ja, geil. Jetzt bin ich völlig auf der falschen Seite. Ja, komm, ich warte hier. Und weißt du, was ich jetzt mach? Ich komm dir jetzt entgegen, das ist einfacher. Damit du mich besser runterwerfen kannst, oder was? Nein, das wird gleich gehen. Siehst du? So war es doch besser. Ja, hättest du es mal direkt so gemacht? Ja, ich... Nein! Da willst du den einmal von der Kante unterstoßen. Weißt du, dann fliegst du selber. Ja, weil du so gehässig bist. Das war die Rache gleich. Oh, ich weiß aber, was wir machen könnten. Was denn? Wenn wir damit vorbei sind. Hm? Diese mit den Goblins. Die mit den Goblins? Was meinst du jetzt? Sag mal, geht das noch? Du weißt schon, dass die dann kaputt gehen können, wenn du mich dabei schlägst? Dass die wechseln? Uh, geh doch mal da durch. Hast du mal auf mich hier festzuhalten? Och, nicht noch so eine Scheiße. Na, super. Und weg war er. Ja, Moment. Äh, jetzt. Nein, jetzt. Oh, schade. Ja, warte, ich warte auf dich. Ach du Scheiße, wir müssen doch noch da rüber gehen dann. Also wir müssen wirklich gleich gehen, ne? Das ist an sich nicht das Problem. Achso, müssen wir nicht gleich gehen, sondern nur abwechseln. So, jetzt warte ich hier. Ich muss als erstes gehen. Du musst als erstes gehen. Warte. Warte, ich komme am nächsten auch rüber. Wir kommen beide rüber. Nein! Ach, willst du mich verab... Ja, hier! Nein! Ey, ich habe sogar die Errungenschaft bekommen. Wieso schmeißt er mich jetzt nach links? Nur weil du da drauf gekommen bist, der das gezählt hat. Und dann schmeißt er uns beide nach links. Was soll denn der Schwachsinn? Ich meine, das ist jetzt nicht schwer, aber ich meine, das ist ja völliger... Völlig hirnrissig, was die hier machen. Das ist wie mit dem Zurücksetzen hier in, ähm... Nicht Forza, äh... In the Crew. Dass sie dich da plötzlich, ähm... Mehrere Dinger weit zurücksetzen hier. Hui! Ich bin hinten dran, ne? Das wird nix. Entweder musst du warten auf mich. Ja, was glaubst du, was ich hier tue? Das wird auch nix. Du musst noch einmal einen machen, sonst komme ich nicht rauf. Ja, ja. Das war clever, wenn du sagst, ich soll den machen und du machst den dann. Ja, ich dachte, du machst ihn sofort, weil das war ja... Ich kann den nur dann machen, wenn ich den Fuß drauf hab. Ich kann den nicht machen, wenn ich den Fuß rechts habe. Ja. Ich sag ja, das ist eigentlich pupseinfach, ja. Ja, das war nur... Ja, weil ich nicht... Ich war nicht auf der gleichen Höhe. Das ging dann nicht. Ja, dann musst du einfach mal treten. Aber ich war nicht dran, da konnte ich nicht treten. Es war aber pink. Auf deiner Seite. Wieso gehst du jetzt da lang? Ja, komm, ey. Was soll die Scheiße, ey? Da frage ich mich echt. Warum geht der da nicht an den Rand richtig ran, ey? Ja, ich war nicht. Ich dachte, der wäre jetzt da runtergefallen. Uh, scheiße. Bleib doch mal stehen. Nein. Ja, super. Das ist gut. Versuch die noch mitzukriegen. Ich bin ja runtergerutscht und konnte irgendwie nichts bewegen. Ja, toll. Zwei kriege ich nicht mehr. Aber ich muss... Ja, toll. Die ganzen Tode jetzt hier wieder sterben. Mann, warum fliegt der da hin? Weil der schon gar keine Zeit da unten hin. Ja, weil ich steuere ihn da rüber. Und er fliegt da runter. Ja, jetzt geht er auf die Seite runter. Ja, willst du mich verarschen? Mann, ey. Er hat das nervt gerade. Keine Ahnung. Kommst du da nicht mehr an? Oha! Sorry. Ja, ich wollte mal gucken, ob man da nicht nochmal hochkommt. Da kommt man doch hoch. Ne, kommt man nicht hoch. Jetzt wäre ich ja schon lange oben. Die sehen mir nicht schick aus, wie wir da so mit Beinchen links, Beinchen rechts... Wasser voll voraus, war ja wieder klar. Jetzt bin ich oben. Das ist natürlich ganz schön. Ach, das war mein Fehler jetzt. Ich habe den da rüber geschoben. Aber... Nein, 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 nein. Vorsicht. Ich kriege ihn nicht. Nein, ich kriege ihn nicht mehr. Ach, leck mich. Tschüss. Ich gehe auch runter. Wir müssen den ja haben. Sonst bringt es ja nichts. Ich glaube, ohne den kriegen wir das Tor nicht auf. Gut. Ich weiß, aber ich gehe einfach mal weiter. Ach so, hier ist schon das Tor. Okay, ich dachte, das wäre jetzt noch länger. Also können wir wieder zurückfahren und uns umbringen. Oder... Ne, wir können ganz kurz fahren. Wir brauchen uns nicht umbringen. Kannst du mal auf einer Seite bleiben mit diesen Kackdingern hier? Ey, kannst du mich mal da hochschleppen? Ja, mach ich doch was. Achtung. Gehe ich das nicht hin mit dem Pfeil hier, ne? Ich gehe mit beiden in eine Richtung. Was machst du jetzt? Ich dusche. Du badest eher. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Warte. Also willst du wieder oben hin? Ne, ich bin da unten. Okay. Jetzt würde ich ja nicht hier rumlaufen. Ach, komm schon. Ich komm. Äh, warte mal. So. Hups. Ja, wir verlieren ihn. Du bist zu schnell. Ich komm nicht da hoch. Boah, ey. Also das mit dem Pfeil, muss ich ganz ehrlich sagen, haben sie echt scheiße gemacht. Ja. Also ich hab gesagt, wir, 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 wir laufen. Nein, warum geht der, hallo? Warum geht der Pfeil nach unten? Warum? Strampeln, strampeln, strampeln. Oder? Komm schon, komm noch rüber. Nein! Nein, er geht runter. Willst du mich verarschen, ey? Na gut, gegen zwei hab ich keiner. Ging's mehr. Keine Kraft mehr, so. So, aber weiter oben. Du kannst doch nicht so tief. Hallo, was macht der hier? Ja, das hat er bei mir auch gemacht. Ja, ist weg, ist weg, ist weg. Komm zurück. Aber du musst steuern, ich werd immer runtergezogen, ja. Ey, komm, komm, komm. Das Problem ist immer, wenn du nach unten gehst, werd ich wieder nach unten gezogen. Kannst du die noch runtergezogen? Kann ich nicht, du stehst im Weg. Aber ich mag das blaue Wasser. Oh, das war ein blauer Scheiße. Oh, das werden wir schaffen. Da hinten war noch einer. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Nein! Oh ja, wir haben sie. Halt! Bin was vergessen. Puh. Bei dem, was ich nicht verstehe, manchmal funktioniert das einwandfrei. Und manchmal drückst du die Pfeile. Denk dran, da ist bestimmt... Ja, wieder ein Wasserfall. Ähm. Manchmal drückst du die Pfeile. Hä? Hä? Der ist immer gegangen. Hä? Wo kommen wir denn aus? Wir müssen doch sowieso da rum, oder? Ach, wir müssen... Nee, wir müssen den um die Ecke kriegen hier. Wir müssen dann da hoch. Ach, du Scheiße. Ja, aber wir müssen da runter. Also, das ist nicht so schlimm an sich. Ja, aber gehen wir am Rand hier. Nein! Nein, 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 er ist weg. Ach, komm, ey. Ja, komm. Na komm, wir gehen wieder zurück. Wir müssen ja nicht immer sterben, na doll. Wir holen uns einfach den nochmal. Guck. Du wirst schon hinschwimmen. Ja, ich mache ja... Ich weiß nicht, ob ich unten jetzt soll, oder oben rum. Ja, geh du besser mal oben rum. Weil du ziehst mich immer mit runter. Boah, jetzt ist er auf mir drauf, ey. Ich kann mich... Ja, geil. Nein, er fliegt wieder drüber. Ja, es ist wieder... Ich kann mich nicht bewegen, weil er mich voll runtergedrückt hat gerade. Ja, genau so. Ach komm, willst du mich jetzt hier nicht? Was macht er denn da, ey? Jetzt komm her, ey. Ja. Mht der das mit dem Seil überhaupt noch an? Ja, er seilt wieder weg. Ja, ich will da nicht so drum gehen. Warte mal. Ja gut, geh, geh, geh. Kann ich nicht. Ich werde dauernd von euch zurückgehalten. Bleib ganz links. Ja, ich... Wie sind's so ein... Ach, da oben. Ja, 100%. Ja, du musst den reinmachen. Ich komm da nicht mehr dran jetzt. Ich muss den reinmachen, okay. Ich war da rein. Ne, du hast da rein. Achso, ja, wir können ja... Ich warte da drauf, dass der was macht hier. Ich will da nicht runter. Geh nur vor. Warte. So. Ey! Boah, die schufen mich hier runter. Wui! Oh, oh, oh. Oh, scheiße, das war ein blauer. Oh, oh. Und unten. Wohin? Das ist nicht unten. Achtung, Achtung. Okay. Komm, schnell, bitte. Schnell. Ja, ich... Ich mache schon. Oh, das schaffen wir nicht. Nimm du den? Ja, nimm den unteren. Du stehst da dran. Ja, ich nehm doch schon. Oh, das war der Stern. Ich habe jetzt so gedacht, da war noch zwei übrig. Oh, wechs hier, ey. War doch eben auch nix. Doch, so ne Kiste war hier. Aber jetzt komme ich... Doch, ne. Ist nix. Aua! Hast du jetzt davon? Dann gehe ich eben nicht mit. Chill. Bin höher. Immer zweimal mehr wie du. Zweimal, viermal mehr. Zweimal, viermal, ja. Yay! Blaue Stromstellen! Oh, ey. Neunzig Prozent Harmonie insgesamt. Und das bei dem Wasserding. Also wir sind bei dem Feuchten sind wir gut. Ja, das könnte sein. So feuchtfröhlich. Aber wir haben auch alle Sterne. Das erinnert mich ans Dusch. Wir haben auch alle Sterne und etwas mehr als das Doppelte von der Zeite. Ja.